Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem großen Pete's Meet Nidhogg 2 Turnier mit allen aus dem Team Pete's Meet, außer Jonathan, der hat Computerprobleme, aber dafür mit dabei, da Lukat, der uns wahrscheinlich alle abziehen wird, aber wir werden sehen, wir haben ein fettes Turnier, Christian will irgendwas sagen, was möchtest du sagen, Christian? Ja, ich finde, wir sollten das Jonathan Appelt Gedenk-Turnier nennen. RIP! Oh, der kriegt einfach nichts geschissen, der Junge, ey. RIP Jonathans PC. Äh, wir haben einen fetten Turnierplan, weil wir sind zu fünft und da mussten wir uns was einfahren lassen, aka googeln, wie man ein Turnier zu fünft macht. Das heißt, wir werden alle einmal gegeneinander spielen. Also spielt jeder gegen jeden, das musst du googeln. Peter gegen Bram, Dalu gegen Sepp, Chris gegen Peter, Bram gegen Dalu, Sepp gegen Chris, Peter gegen Dalu, Bram gegen Sepp, Dalu gegen Chris, Sepp gegen Peter, Chris gegen Bram. Boah, das war voll der gute Rap, Peter. Vier Mann. Und scheiße, der von Ramp wird ein Lied draus machen. Vier Mann. Einmal gegen jeden spielt man und wer die meisten Siege hat, spielt danach noch im großen Finale gegeneinander. Ob das funktioniert, das wissen wir noch nicht, vielleicht haben nachher das gleiche, dann müssen wir uns noch ein anderes einverlassen. Dann spielen die alle gegeneinander und wer dann die meisten Siege hat, spielt im Finale. Voll krass. Dalu, Ruhe auf den billigen Plätzen. Der lässt sich das da alles zusammenrechnen da mit den Turnierplänen und so, chillt sich nach hinten und sagt das einfach nur zwischendurch, ihr seid alle Idioten. So, als allererstes gegeneinander, Peter gegen Bram, let's go. So, bei mir geht es jetzt gegen Dalu Card, der das Spiel fünf Minuten länger gespielt hat als ich, da bin ich mal gespannt. Aber du bist halt wie dem Abprofi, ne? Das ist aber, wo wollen wir denn spielen? Wir hatten, wir hatten, wir nehmen mal was Schönes, oder? Strand. Der Berg oder die Blumen oder sowas. Blume, Blume nehmen wir die Blume. Okay. No plan, man. Mein erstes Mal in Nidhogg. Dein Ziel ist es, nach links durchzukommen. Meinst du, ist es halt, nach rechts durchzukommen. Der, der jemanden umhaut, der darf gehen. Oh, was? Ja, du kommst jetzt gleich wieder rechts und du musst mich dann aufhalten. So, und ich muss halt nach ganz rechts durch. Oh, und jetzt kannst du nach links. Oh, jetzt habe ich Dalu geslaved. Genau, jetzt bist du. Oh! Oh, oh, oh! Oh, Dalu, richtig abgeworfen. Sehen wir noch, sehen wir noch. Oh nein. Dalu, noch abgeworfen. Ich glaube, dass Breinschwert... Ah, Bogen. Wo hast denn du Pfeil und Bogen nicht? Kommt immer random, du kriegst immer eine neue Waffe. Ah, schnell weg. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das geht auch. Oh nein, das habe ich Pfeil und Bogen bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Oh, schnell weg. Oh, dann ist durch. Wo bin ich selbst? Neue Ebene. Oh, was ist das denn? Der ist ja viel schneller als ich. Nein, du kannst die Waffe noch werfen. Waffe werfen. Da war eine Tür. Aber das... Oh Gott. Oh Gott, was tue ich denn jetzt gegen dich? Neue Ebene. Also du hältst nach links. Ah! Ja! Du musst laufen, Sam. Du musst laufen. Oh nein! Oh Gott! Okay, den Pfeil und Bogen habe ich noch nicht ganz geschnallt. Oh nein. Oh nein, ich bin durch ihn durchgesgleitet. Ich kann mal her... Du bist noch nicht weg. Du bist hinter mir gespawnt? Ja, weil du schon da am Rand warst. Nein, 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 nein. Nein, das kann ich nicht. Oh nein! Oh! 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 Gedodged, ey, die Sau! Habe ich ihn gemacht. Oh! 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 Oh, meine schneller! Sepp! Ah! Sepp! Wat? Oh! Ja komm, wirf doch mal da los. Oh, man muss nach oben ziehen, man muss nach oben ziehen zum Werfen. Oh, was ist das denn? Gar nichts! Ha! Ausgewichen! Oh nein! Oh, ich hab ihn gemacht! Oh nein! Oh, der spawnt oben! Da bin ich schon wieder. Oh, ich spawne oben. Na komm, wir machen die Tür auf. Oh nein, nein! Ich bin mir auf den Kopf gesprungen! Nein! Oh, was? Das ist aber ein böses Messer. Oh, einfach mal niedergestreckt. Nix niedergestreckt. Ich hab meine Waffen verloren. Sepp! Oh, was? Ich hab auch meine Waffen verloren! Nein, jetzt prügelt er mich tot! Nein! Nein! Sepp! Jawohl! Aber... Ach, komm! Yes, Dummy! Nein! Gar nichts, haben wir... Ah! Oh, was? Nein! Nein! Nein, ich bin tot! Ausge... Ausge... Nein! Nein! Ich hab ihn doch im Rücken geschossen! Ich hab den Fall respektiert! Oh, komm! Du, ich wollt grad sagen, du hast das denn gemacht! Mit dem... Mit dem Dejen... Nein! Ach, komm! Ich bin doch drüber gehüpft! Oh nein! Oh nein! Das Breitschwert! Was ist das denn? Nein! 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 Sepp! Ja! Er hat sich gejoggt! Jawohl! Keine Heckmeck! Oh! Und... Hä? Wo willst du... Oh, was? Oh, was? Die fliegen aber langsam, ey! Alter, das gibt's doch nicht! Wie lange geht denn das hier? Oh! Im Fluch! Der war nicht schnell! Oh! Oh! Was? Was macht meiner? Der Bum! Hahaha! Was war das denn, ey? Ach, das Breitschwert hat so viel Rage! Hallo! Du fällst auf! Du fällst auf! Wie hebst du das auf? Äh, nach unten drücken! Ah, okay, okay! Also, wenn du da draufstehst, nach unten drücken! Scheiße! Ich hab jetzt nicht, das muss ich ausweichen! Hahaha! Wie schieß ich denn vernünftig? Ha! Juhuuu! Da ist er durch! Es ist vorbei, Sam! Ist das Ziel? Es ist vorbei! Hier kannst du nicht, hier spawnst du nicht mehr! Das ist so, genau! Das ist der Gegend! Oh! Dalu hat gewonnen! Das ist ein geiles Battle, ey! Das war spannend! Das war echt spannend! Krass, ey! Ja, jetzt hab ich langsam den Bogen raus! Dalu ist ein Punkt reicher! Und mal gucken, wie die anderen gespielt haben! Bis gleich! Tschüss! Nummer 4! Ich gegen Dalu! Hallo! oder? Ja. Ne, das warnt noch nicht. Doch. Oh, das war's noch nicht! Let's go! Ha! Nein! Doch! Komm! Jetzt aber, bring mich hier raus! Jawoll! Eine Ebene, wenigstens. Ha! Triffst gar nichts! Hau ab! Ne! Hau ich saust! Nix da! Kein Mut für dich! Ha! Oh shit! Hau rein, Keule! Wo denn, wo denn? Hä? Oh, das ist aber gut! Nett von dir! Ja, glaub ich auch schon! Ha! Ha! Was willst du tun? Abgewehrt! Verkackt! LOL! Ich hab die Fall reflektiert! Absicht! Oh nein! Hier! Na komm schon! Ich bin der Highlander! Du bist gar nix! Wie? Was? Woran bin ich gestorben, ist der Ball? Nein, ist er wieder! Unfassbar, du Muttschmack! Oh oh! Ha! Ach komm! Ganove! Nene! Hahahaha! Diese Stufen sind doch unten! Oh! Das ist... Wieso spawnst du genau in der Ecke? Na das war's! Ah ne! Einen haben wir noch! Einen haben wir noch! Nein! Ich hab keine Waffe mehr! Brauche ich aber auch gegen dich nicht! Nix! Ach nein! Ah du warst auch raus! Wir sind beide! Ja, okay! Oh la, komm! Jetzt müssen wir beide! Am Arsch! Ah! Das kann nicht wahr sein! Oh! Fass, ey! Da! Gedungt! Oh scheiße! Du kannst auch genug schießen! Nein! Oh! Oh! Lucky me! Ja! Tschüss! Komm schon! Ja! Hau rein! Ah! Ich hatte dich! Komm! Swann! Swann! Ja! Swann hinter mir! Ich lauf einfach mal weiter! Ja, ja! Tu da! Was? Tu ich auch! Nimm das doch! Haha! Nein! Der Heilende! Haha! Haha! What? Ich wand rüber! Ah! Ah! Am Arsch warst du da! War wieder la... Wow! Ja! Ja! Nein! Ausgeglichen! Ach! Nein! Okay! Das war's! Schade! Ja! Wuhu! Ah! War gut! Ja! War gut! Schlaf! Gehen wir zum nächsten Match! Bis gleich! Match 5! Dalu gegen Peter! Hallo! Hallo! Achse! Sorry, Peter! Wir haben beide eins gewonnen, eins verloren! Ach nein! Ich muss hier durch! Heiße! Ne! Gib mir mal das Breitschmerz zurück! Ist gut? Ich... Ha! Ja! Ne! Peter! Da ist ne Tür! Ne! Ne! Du Arsch! Oh! Abgewehrt! Oh! Sehr gut! Sehr gut! Wo sind wir? Das ist... Das ist doch Quatsch! Zum Erlein, Peter! Ich muss hier durch! Ich hab mich gar nicht gesehen! Oh! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Das siehst mich nicht! Leck mich doch am Arsch! Oh! Peter! Das ist Quatsch! Wie du vorgeschossen hast! Was? Sorry, Peter! Ja, ich... Sorry, Peter! Fick dich! Match vorbei! Dalu hat gewonnen! Wobei, bei mir steht auch Sieger! Tatsächlich ein Sieg für mich! Danke! Nächstes Match! Bis gleich! So! Wir spielen jetzt gegen Dalu! Spiel Nummer... Keine Ahnung! 7? 6? Weiß ich nicht! Hallo! 8! Ne! Nimm was du möchtest! Ich glaube, je weiter rechts, desto schwerer sind die Menschen! Ich hab keine Ahnung! Ah, dann nehmen wir... Wobei, die hatten wir schon! Nehmen wir mal die! Okay! Oh, ein Ring! Boah! Oh, das... Geht das mit dem Schlag nicht? Fuck! Kann man damit nicht rutschen? Ah! Sorry, Christian! Ich weiß nicht, ob man das Rutsch mit Bram erst erklärt, als ich mich einmal fertig gemacht habe! Ich bin nochmal... Nein! Was ist denn? Da war ne Tür! Da war ne Tür! Ich konnte nicht schießen! Da war ne Tür! Da war ne Tür! Hier... Ey! Er prügelt auf mich ein! Gesicht auf Bordstein, Junge! Komm doch! Komm doch! Ach! Na ja, hast du dich selber abgeballert? Ja, du hast den Pfeil reflektiert! Das war nicht ich, der da geschossen hat! Okay, das geht! Ja! Hey, wir supporten der Links! War nicht zu weit! Tschüss, Christian! Ja! Ja, aber ich muss wieder kommen! Ja! Zu spät! Ne, wir haben es gleichzeitig gemacht! Ach! Du musst rein in die Röhre! Ja, ja! Ich hab mich noch geduckt! Christian! Christian! Ja, ja! Was? Christian! Warte! Ne, ne! Freu nicht! Ach! Ah! Hehehe! Schnell mehr Angriff! Und wie er wieder links spawnt! Au! In den Rücken geduld! In den Rücken! Kaschat! Dieses Rutschen macht mich fettig! Das sind ja keine! Ich muss noch was lassen! Oh, du kriegst jetzt ne Waffe. Kampschon! Nein! Gib den Bogen! Kriegst du den? Nein! Nimm den Bogen, schieß, wirf! Ach, scheiße. Das ging schnell. Du hast aber auch viel reflektiert, also das mit dem Pfeil, wo du gesagt hast, das hast du mich selber abgeschaut. Ich dachte, das war Absicht von dir. Du hast dich nämlich so gezielt geduckt. So, das war richtig krass. Ja, ja. Auch wo du gesagt hast, haha, weil du mir, du zielst mit dem Bogen stehend und schießt dann auf die Füße. Dann dachte ich, alles klar, ich werde dich richtig adressiert. Ja, ähm. Aber das hilft mir jetzt. Nächstes Spiel ist, weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Bis gleich. Bis gleich. So, wir kommen im Finale, ich gegen Dalu. Schönen guten Abend. Oh Gott, was spielen wir denn hier? Ja. Oh, ein PAX-Event. Ja. Oh nein, das war so dumm. Ah, verkackte Kacke, ey. Willst du oben lang oder unten? Oben, Willi. Oh, ich. Du bist hier verarscht. Jo. Ey, das Breitschwert fliegt aber auch über das ganze Bild. Ja, okay, ist mir egal. Einmal weiter. Immer weiter. Jo. Ja, ja, immer weiter. Alle Richtung meinst du wohl. Geh ich unten lang. Oh, geduckt. Ach, komm mal. Oh, schön geduckt. Komm, steh von der Tür. Steh von der Tür. Steh von der Tür. Ja, ja, komm rein. Komm rein. Ja, komm hier. Ja, kein Problem. Kein Problem, Bram. Gehen wir da lang. Oder? Unten oder oben? Oh, ne, unten ist aber kacke. Ich will oben lang. Willst du auch oben lang? Ne. Na, läuft nicht so, ne? Dann sind wir erst in deiner Mitte. Ah, ne, der Versuch. Bram, ne, der Versuch. Jetzt gehen wir unten lang. Und. Ja, ja. Oh, oh, du hast mein Schwert. Ich mach ein Dolch. Wo ist der? Der ist weg. Wo ist der Dolch? Okay. Komm her. Du siehst mich doch gar nicht. Mit deiner Figur. Jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der Trick. Ah, ja. Ah. Ha. Ne. Nein. Geh mir doch das. Ach, komm. So nicht, Schnucki. So nicht. Was? Schnell. Mogen, schmogen sag ich immer. Ja, Mogen, schmogen. Das sei ja auch immer. Ich hab dagegen so ein Holzding geschossen. Ah. Loll. Ja, hast du mich denn jetzt geblockt, alter. So, wie ich dich hier verprügelt hab. Ne, 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 ne. Ja, ja. Hup. Nein. Nein. Ja. Ja, doch. Okay. 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 Komm, komm, komm. Kann nicht wahr sein. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Jetzt spawne ich hier nochmal, oder? Nein, das ist nicht wahr, da kommt man doch nicht... Du hast direkt mal einen abgeholt, ne? Abgeholt! Komm jetzt! Das ist nicht dein Ernst! Oh Gott, da war ich noch nie... Oh nein! So, jetzt gewinnt! Ja, ja, gewinne! Gewinne, gewinne, gewinne! Hier geht's lang, Bram! Ach, komm! Nee, da laufen wir ein bisschen! Hier muss ich rüber! Ja, ja! Da rennst du doch jetzt nicht einmal durch, oder was? Ich renne da einfach durch, Bram! Ohne zu kämpfen! Das kann ich machen! Wir laufen einfach weiter! Mach der doch echt hier gerade! Und jetzt nimmst du den! Und wir rennen weiter! Nein! Das konnte jetzt aber auch nicht ewig funktionieren! Ach, warum kriegt er denn den Bogen? Damit kann man doch nicht kämpfen! Hier lang, hier lang, Bram! Ich kenn den Weg! Okay, Breitschmeld ist gut, Breitschmeld ist gut! Warum trifft er mich denn dann trotzdem? Nein! Das war doch, das war doch schon gut! Oh! Verdammte Kacke, verdammte Kacke, ey! Oh, der Bogen! Ja, das ist einfach nur ein Nachteil! Der Bogen ist doch echt ein Nachteil! Das hab ich auch das Gefühl! Nein! Mann! Wir sind wieder in der Mitte angekommen! Okay! Jetzt sind wir genau in der Mitte wieder! Boah, das ist das Paxi-Man! Das ist ja schön, ne? Ach komm! Ey! Ja! Ist das dein Ernst? Na, verdammte Kacke, Alter! Wir müssen wieder in die Mitte, Bram! Hier ist das Wachspiel! Am Paxi-Vente! Kurz auf K! Ja! Ah, ausgedreht! Ja, ja! Keine Worte für dich! Tschüss, Brammen! Jetzt renn doch nicht einfach nur, wie der Feige ist! Na klar! Ich hab noch keine Worte! Mann, soll ich kämpfen! Ah! Nein! Bogen schmogen, ey! Damit tötet man Geil, ey! Damit hab ich getötet! Ja, das ist ne gute Waffe, ey! Boah, komm, Alter! Das ist ne gute Waffe, ey! Das Spiel macht gefällig! Weiter geht's! Nee! Weiter geht's, Bram! Huh! Das war mal Lucky! Nimm du den! Okay! Okay, ich nehm den kleinen Dolm! Und wir sind wieder in der Mitte! Oh, ne! Fuck, Alter! Wie willst du da durchkommen? Das ist doch kack! Ja! Das zerfällst nämlich ein bei der Luft, ey! Wir sind immer noch in der Mitte! Ach! Ne, jetzt bin ich mehr in der Mitte! Aha! Ja, jetzt sind wir wieder in der Mitte! Ja, voll! Na, komm schon! Du Arsch! Du Arsch! Bogen schmogen, ey! Nein! Jetzt... ... 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 Das ist aber gut. Nee! Ach komm! Shit! Ah! Und wir sind wieder am Schild! Nein! Das fackst du mit! Loll! Hast du mich einfach geschnetzelt! Danke fürs Festland! Ah! Shit! Das fackst du mit! Okay! Ah! Endlich weiter! Da ist sie! Ach! Es ist doch nicht wahr! Ja, weil das sponst du nicht mehr. Oh! Wie ich den gelutscht habe! Was hast du gesehen, Bro? Ach! Habe ich gesehen! Wie du mit dem Gesicht gefangen hast! Hier erstmal ohne Waffe schön da unten bleiben! Hä? Was mache ich denn jetzt? Hat das nicht geklappt? Ja! Geklappt! Geklappt! Wie man das sehen will, ne? Es ist ein anstrengendes Spiel! Au! Der war nicht schlecht! Der war wieder richtig schlecht! Ach nein! Der war gut! Ach, der war nicht schwer! Ich habe den extra unten versucht zu blocken! Ach komm! Wir wollen aber in die Richtung, Brahmin! Hör auf! Ach! Nee! Und dafür block ich den nicht, wa? Ja! Ja! Das ist das Packschild wieder! Das ist das Packschild wieder! Das ist das Packschild wieder! Das ist richtig! Nee! Nee! Komm! Wir haben... Wir haben uns an Death! Nein! Ja! Wir haben über 10 Minuten gespielt! Verdammte Kacke! Und dann den D-Bino mit! Dann schmeißt du sein Besser! Und dann geht's Zettel! DALU hat gewonnen! EZ-DALU! Das ist ein anstrengender Kampf, ey! Wir waren die ganze Zeit in der Mitte gewesen! Wir haben nur einen weiteren Bildschirm gesehen, oder? Ja! Wir haben nur einen Bildschirm gesehen! In jeweils eine Richtung, ey! Meiner ist keiner gekommen! Ja! Ja! DALU-GZ! Ja! Bedankt euch vielmals fürs Zuschauen! DALU! Meister! Ja! Leider! Wir stehen zwar von den Siegen her gleich! Der Einzige, den man gar nicht gesehen hat! Stimmt! Der Einzige, den man gar nicht gesehen hat! Wobei, stimmt! Ich hab ihn auch jedes Mal gesehen, oder? Bei uns in den Aufnahmen zumindest! Im nächsten DALU-Stream müsst ihr DALU mal Geld spenden für eine neue Webcam! Ich kann ein Foto oben links in die Ägypten, so eine Gifle! Gut! Wir bedanken uns! Ich hoffe, wir hatten ein bisschen Spaß! Lasst uns wissen, wenn es euch gefallen hat! Haut rein! Für's Glück! Tschüss! Au! Auf Di которое! Auf Di Untertitelung des ZDF, 2020